So, jetzt fehlen nur noch wenige, unter anderem Daniel Koppel. Natürlich fehlen noch ein paar die Bess, die denken, die werden aber auch bis heutigen Abend schon auf das heutige Morgen. Eine tolle Show bieten, hier auf der Anleitung, morgen und am Sonntag. So, irgendwo müssen da sein, fehlen noch zwei. Daniel Koppel von Dieter Teichmann, Mustang B-51D aus North Wales. So, jetzt sagt die U52, uns im Landeanflug, die Antonov 2, die Juliette Maik, der vorhin schon gesagt hat, lass mich nicht so lange.